Wir sind die Trastwerke Moirin und produzieren seit über 150 Jahren BIMS-Baustoffe in der Eifel-Region in Deutschland. Unsere energieeffizienten Produkte werden für qualitativ hochwertige Häuser produziert und entwickelt. Wir haben einen neuen Hitachi Radlader ZW370-5 für die Verladung unserer Rohstoffe aus dem Lava-Bruch gekauft. Im Vergleich verschiedener Radlader stellten sich Vorteile des ZW370-5 heraus. Die hohe Ausgibhöhe und der 16-Liter-Motor stachen dabei hervor. Die Abstimmung des Allradantriebes ermöglicht unwahrscheinlich gute Traktion. Der Radlader greift auf allen vier Rädern. Durch den niedrigen Kraftstoffverbrauch und den großen Tank haben wir viel mehr Zeit zwischen den Tankintervallen. Wir sind sehr glücklich mit der Qualität und den geringen Kosten des neuen Radladers. Vidalför? 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 Vidalför?